Ich würde das nicht trinken, wenn ich du wäre. Es ist voll toxischer Chemikalien. Woher weißt du das? Nachdem meine Schwägerin es getrunken hat, wurde ihre Zunge schwarz. Oh. Du bist das Weibchen von Felix. Ich hab mich wohl verhört. Ich meine, ich denke, du hast dich mit Felix gepaart, wenn ich richtig gehört hab. Das geht dich überhaupt nichts an. Nein, nein, ich behaupte ja nicht, dass es tatsächlich so war oder nicht. Ich sage ja nur, dass ich dich erkenne von dem her, was man so munkelt. Ich denke, ich sag jetzt gute Nacht. Warte, warte, warte. Nein, warte. Nochmal von vorn. Wen interessiert Felix? Ich bin schief. Das ist mein Name. Alles klar. Ich bin da, bei mich vorzustellen. Wer bist du? Ich dachte, du weißt alles über mich. Nein, ich weiß gar nichts. Ich hätte meinen Mund halten sollen, es alles nur hören, sagen. Jedenfalls, du bist Nutmeg. Also kennst du mich am Ende doch. Am Ende? Ja. Ja. Weltsch. 2021. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020